Und zurück. Nächste Runde. Toribäsch. Ja, diesmal startet Marco. So ist es. Zack. Zeit an. Und los geht's. Alles klar. Hau mir ordentlich in die Fresse. Das war's. Oder versuch es zumindest. Das wollte ich nicht. Doch. Nein. Doch. Auch schon wieder. Ja. Nicht die Arschbacke. Ja. Doch. Die Backe. Nein. Und dann noch einziehen. Was? Die Arschbacke einziehen? Richtig hart einziehen. So, so. Beide Arschbacke. Ja. So fest. Oh, das. Oh, das sieht gut aus. Und warte. Das. Was? Und das. Nein. Doch. Oh. Ah. Was? Ich bin. Okay, warte, 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 warte. So. Schwubidubidui. Schwubidubidui. So. Und starten. Was mach ich denn? Ich mach hier, glaub ich, mal so ein bisschen hier. Ja, das sieht gut aus. Zack. Ja, das sieht gut aus. Zack. Und dann hier nochmal so ein bisschen. Was da? Was mach da? Oh. Nee, wird nix. Nee. Das wird was. Nee, wird nix. Ich hab's genau gesehen. Wird nix. Nee, nee, nee. Das wird was. Nee. Oh, das wird gut. Oh, das wird gut. Nee. Ach, du kannst mich gar nicht treffen. Nein. Das wird gut. Du kannst mich gar nicht treffen. Ich hab schon so eine krasse Ausweichrolle. Ich mach gerade was ganz mehr. Nein. Okay. Alles klar. Okay. Bezug. Ja. So, und dann mach mal. Engst. Was? Drei. Oh, kacke. Drei. Oh. Ich glaub, ich hab gerade meinen Arm angefasst. Nein. Ich glaub, ich reiß mich halt den eigenen Arm aus. Du bist echt ausgewischt. Du hast mich angetreten. Ja. Okay, geht weiter. Willst du schon? Alles klar, geht weiter. Und, los. Alles klar. So, zeig. So, pass mal auf. Ja, tu ich. Ich sitz hier, mit einer Mütze auf dem Kopf. Natürlich pass ich auf. Oh, 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 oh. Ich glaub, das ist nicht so gut. Äh, 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 äh. Das will ich gar nicht machen. Wir hier, das genau. Nein. Nein. Doch. Und, nein. Verdammt. Ich will auch auf ihn. Äh, scheiße, scheiße, scheiße. Die Zeit ist gleich schon wieder raus. Und ich krieg nicht das hin, was ich will. Ich drück irgendwas. Okay, alles klar. Ah, kutsch. Oh, ich hab gar nichts. Ich hab echt vermieden. Vermieden zu gucken. Vergucken zu mieden, so. War aber auch sowieso ganz merkwürdig. Ach, du Scheiße. Ähm, oh, kann ich jetzt irgendwie zu dir springen? Sieht irgendwie aus wie... Drunken Boxer. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist echt... Drunken Boxer war das nicht mit Jackie Chan? Ja. Eben deswegen. Äh. Äh. Scheiße. Äh. Warum kann ich... Warum kann ich den nicht extenden? Hä? Sag echt... Sag nicht... Ich... Scheiße. Okay. Ich hab... Ich hab deinen Druckpunkt erwischt. Ja, ja. Ich glaub auch. So. Und jetzt hast du Durchfall. Ja. Und los geht's. Ja. Aha. Ich trete dich. Aha. Ja. Ja. Wir halten uns gegenseitig fest. Echt? Wo hältst du denn fest? Ich halte dein Bein fest. Mit welcher Hand? Oder was? Oder halte ich deine Hand fest? Ich glaube, du hältst meine Hand. Ich glaube, ich halte dein Bein fest. Und du hältst meine Hand fest. Auf jeden Fall verlieren wir uns so nicht aus den Augen. Ja. Sehr gut. Alles klar. Dann würde ich sagen... Mit so runter. Schubidu. Du art running sein. Ja. So. Warte mal. Hebe den Kamera drehen. Und los geht's. Ach. Das zieht, dass ich nicht von der Zeit hab. Nee. Nee. Aha. Nee. Zeit ist knapp genug. Ja, ja, ja. Ich mach das auch. Ähm. Wo ist mein Bein, verdammt? Das hab ich in der Hand. Und damit werde ich dich gleich verprügeln. Ist das meins oder deins? Das gehört zu uns beiden. Nee, das ist meins. Das ist gut. Das ist gut. Ich will endlich noch meinen Arm loskriegen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich halte mich selbst fest. Und kann mich nicht mehr loslassen. Oh, das ist wunderbar. Warte, ich klicke auf dich. Ja. Alles klar. Mal sehen. So. Starte. Ich muss mich irgendwie loslassen. Lass dich los. Aber ich lass dich nicht los. Das ist das Problem. Das ist mir egal. Extenden. Ich komm nicht mehr an die Gliedmaßen ran, die ich brauche. Lowering. Rising. Zack. Arschbacken ein bisschen entspannen. Flexion. Das geht immer so schnell. Mal sehen. Bam. Mit dem Knie ins Gesicht. Geil. Was? Boah. Das war gut. Das war richtig gut. Boah. Sehr gut. Alter. Wollen wir weitermachen oder lässt du noch laufen? Ich glaube, ich lass noch einmal. Okay. Willst du schon? Ich glaube, du willst schon, ne? Ja. Alles klar. Dann haust du rein. Jo. Mach ich auch. Dann haust du rein. So. Zack. Tu was für dein Geld. Was für ein Geld? Das, was ich dir zahl. Damit du mich gewinnst. So. Da muss doch mehr gehen. Da muss doch. Da muss doch mehr gehen. Da muss doch irgendetwas sein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das will ich gerne. Und dann noch. Den. Und vielleicht noch ein bisschen Drehung rein. Und ein bisschen Zuckerstreusel. Und noch ein bisschen hiervon. Ein bisschen davon. Was? Schon rum? Echt? Unfassbar. Ein paar Nüsse. Dann kling ich mal auf dich und weiter geht's. Ein paar Nüsse. So. Aber was mach ich denn? Ich muss den Arm irgendwie wieder loskriegen. Wo ist denn meine Hand? Ich weiß nicht, wo meine Hand ist. Das ist gerade echt. Das brauch ich. Das brauch ich. Da muss ich auf jeden Fall nochmal eine Drehung machen. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja. Ja, bei dir gibt's einiges anzuziehen. Ich muss mich auf jeden Fall mal wieder anziehen. War es echt schon wieder? Es geht immer nicht so schnell. Dann gucken wir mal. Ja, ich bin mal gespannt. Und Pam. Alter. Pam. Aber es ist ja genau nur eine Rolle. Was passiert denn? Ich dachte, wir hauen mir unsere Asche an. Nein, nein. Ich mach nur einen. Aschbash. 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 Daher kommt das. Also ich glaube, wir haben uns gerade richtig gehalten. Wir lassen doch nicht mehr los. Nee, ich lass jetzt erstmal einen fahren. Und go. Oh, shit. Oh, Mann. Oh, hast du einfach angelassen? Hallo? So, das wird angezogen. Das wird richtig angezogen. Und das hier wird erstmal schön gestreckt. Und das auch noch, ey. Oh, Satan. Oh, und dann drehe ich hier nochmal richtig am Rad. Mann. Und das wird nochmal angezogen. Du reißt mir doch irgendwas raus gleich. Oh ja. Oh ja. Und schön den Nacken entspannen. Damit das auch nicht... ...zu sehr knackt. Oh, ich klicke auf dich. Warte. So, alles klar. So, aber das verhindere ich, indem ich jetzt... Zack. Guck mal, ich brauche da eine Rotation. Genau da. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Dann reißt du dir selber das Rückenmarken raus. Nein, ich will mich ja in deine Richtung drehen eigentlich. Aber ich kriege hier irgendwie nicht die richtige Rotation hin. Left rotate. Left rotate. Bitte auch left. Left. Relaxing. Extracting. Zack. Zack. Oh, ne, jetzt kann nichts werden. Oh, ich habe auf dich geklickt. Das ist nicht gut. Und schon vorbei. Okay. Gucken wir mal. Jetzt hast du bestimmt alles versaut bei mir, oder? Ne, ich habe auf nichts geklickt. Ah? Wo bleibt der mein Tritt? Ja, wo bleibt der mein Tritt? Hast du manipuliert? Wann? Mit welchem wolltest du drehen? Mit dem hier? Ja, der sollte ausfahren. Oh. Der eine sollte ausfahren. Vielleicht habe ich aus Versehen, als ich auf meine Hand geklickt habe, auf deinen Arsch gedrückt. Soll ich nochmal machen? Der hier? Der sollte extend, ne? Ja. Oh. Das war mein Fehler. Ich glaube, da bin ich drauf gekommen. Das sehen wir jetzt. Dafür kriegst du extra Zeit. Aber wenn du dich loslässt, bringt das auch nichts, glaube ich. Ja, wir wären dein Knäuel. Marco, wir sind dein Knäuel. Lass doch mal los. Du hältst meinen Fuß fest. Du musst doch mal loslassen können. Ne, das habe ich letztes Mal gemacht. Obwohl, ne, letztes Mal. Hast du nicht losgelassen. Ne, stimmt. Ach, Quatsch. Ende der Welt. Da hast du mich nicht mal angefasst. Hast du die Zeit angehalten, äh, gemacht? Jetzt, ja. Ja, ja, ja. Ich habe mir eben die Mütze runtergezogen. Das war ein bisschen... Warum? Weiß ich nicht. Ich war verwirrt. 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 Das einziehen. Zack. Das ausstrecken. Lass mal einfach los. Dann gehen wir wenigstens aus diesem Knäuel raus. Alter, kannst du voll vergessen. Du reißt dir doch eh nichts mehr ab. Pass auf. Hier drehe ich nochmal richtig am Rad. Ja. Dann drückst du einfach alles. Alter, und das bringt richtig was. Weißt du ja gar nicht. Doch, doch. Ich bin dran. Das bringt richtig was. Ich klicke eben auf dich. So, und jetzt bitte keine Manipulation. Das überlege ich mir noch. Das muss ich nochmal schauen. Alter, wir sind so ein Knäuel. Da kann ich gar nicht manipulieren. So, Extenden. Äh, Rising, bitte. Ich würde einfach alles relaxen. Weißt du? Weil wenn du alles anspannst, kann ich dir voll leicht was rausreißen. Das ist gut. Ja. Ich kann mein Bein gar nicht sehen. Ist das mein Bein? Ich glaube schon. Ernsthaft? Ich verarsche. Ja, gut. Alles klar. Ich weiß nicht, wer wem tritt. Ich glaube... Ich glaube, du hast mich gehauen, oder? Du hast mein Bein gehauen. Ach, ich hab dein Bein gehauen. Das ist aber... Was passiert da? Da kannst du jetzt gleich weitermachen, oder? Ich kann jetzt richtig Breakdance. Ich wollte gerade sagen. Machst jetzt... Machst jetzt... Richtigen Breakdance. Okay. Dann geh mal her. Machst du hier, ähm... Aber wie heißt der nochmal? Von Street Fighter. Äh... Der Typ, der da die ganze Zeit auch hier, ähm... Auf dem Boden rumge... Breakdance ist. Ah, wie hieß der noch? Du meinst von Tekken. Nee, Tekken. Tekken war das. Eddie. Eddie. Oder irgendwie sowas. Eddie Young. Eddie Young. Das war das. Eddie Newher? Eddie... Eddie Gordo? War das nicht Eddie Gordo oder irgendwie so? Young. War das nicht Young? Young? Eddie Young? Wer ist Young? Eddie Young. Eddie... Eddie... Was? Oh! Okay, das finde ich gut. Pass auf, ich klicke noch auf dich. Ja. Und... Dann... Also wenn das wirklich passiert, dann finde ich das sehr gut. Ich bin mal gespannt. Das muss wieder gelowert werden. Ja. Oh ja, das ist gut. Das ist hier. Hier ist Extended. Oh ja. Oh ja. Dann ziehe ich das hier. Das... Also ich bin mal gespannt, ob das klappt oder nicht. Aber währenddessen... Nein. ...muss das nochmal auch Extended werden und der Arm wird gereist. Du meinst, das kriegst du dann auch hin? Oh ja. Oh, wenn das passiert, es sieht aus, das sieht gut aus. Bin mal gespannt. Alles klar. So, und stopp. So. Ach ja, wir können ja schon. Stimmt. Ja, sieht gut aus. Oh! Au! Ins Gesicht. Au! Au, der war echt mies. Oh, ich... Willst du gleich noch? Du willst denn gleich, oder? Ja, ich will auf jeden Fall noch was machen. Super! Alter Schwede. Aber hier geht's ja jetzt richtig rund. Jetzt gehen wir nochmal richtig in die Luft. Pass auf. Ja, ich pass auf. Du sagst jedes Mal, pass auf. Ich pass auf. Hast du die Zeit in wenigstens gestartet? What? Ja, natürlich. Gut. Alter, was geht da denn ab? Warum? Was machst du? Ich dreh voll am Rad hier. Hältst du mich immer noch fest am Bein? Nein. Achso. Dann sollst du dich niemals tun. Nein. Alter. Geil. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich bin blind. Äh, oh. Mein Kopf ist ja... Ist mein Kopf ab? Nee. Ich glaub nicht. Ja, Zeit ist schon wieder rum. Warte, ich klicke auf dich. Nein, okay. Hast du? Ja. Ja. Start. So. Ach du Kacke, was machst du denn da? Ah, das muss auf jeden Fall ein bisschen extended werden. Hier eine Extended Edition. Das sieht doch ganz gut aus. Dann... Yo. Oh, damit könnte ich auf jeden Fall nochmal was machen. Wenn ich den jetzt wieder... Das muss auf jeden Fall extended werden. So. Bist du dir sicher? Wirst du nicht lieber... Nee. Nee, nicht lieber contracting? Doch lieber eine Kuh? Ja. Ah, ernsthaft? Können wir schon wieder gucken, wa? Ja. Dann mach mal. Wo fliegen wir hin? Wir fliegen bis nach China. Boah, was machst du denn da? Alter, alter. Okay, lass uns was machen. Lass uns was machen. Wenn du mich jetzt so... Oh, oh, oh. ...einfach durch die Luft werfen würdest. Das wäre cool, wenn es gehen würde. Boah. Da bin ich ja mal gespannt. So, alles klar. Alter, ist gut, dass du mich noch festhältst. Sag mal, du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg. Niemals. So. Hau ich da jetzt... Was mach ich da jetzt? Ja. Ja, Raising ist gut. Raising ist super. Raised like a phoenix. Da ist vielleicht noch der. Oh, was? Zum Teufel. Alter. Oh, und jetzt pass auf. Mach ich einfach das hier. Aber du siehst ja gar nichts. Deswegen kannst du gar nicht aufpassen. Ich passe irgendwann auf. Ja, danke, danke. Alter, das kann richtig gut werden. Oh, 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 oh. So, ich klicke auf dich. Warte. Wee. Und starten. Ich bin echt gespannt. Alter, was machst du da? Das kann echt gut werden. Was? Also, wenn meine Silhouette da schon sowas sagt. Ich glaube, ich spann das mal an. Ich ziehe das auch mal an. Da bin ich mal gespannt, was dann passiert. Das muss auch angezogen werden. Währenddessen muss ich aber das hier alles nach rechts eindrehen. Ja, ja. Ja, genau so. Oh, 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 oh. Und das hier muss wieder echt enden. Oh, okay. Es muss enden. Da bin ich mal gespannt. Guck dir das an. Und zack. Oh. So trittst du mich noch mal an. Ja, ich hab mich jetzt. Alter. Aber jetzt hab ich dich noch mal erwischt. Alter, was machen wir da? Ich hab das Bein ab. Okay. Oh, du willst, glaube ich. Es sieht gut aus. Alter. Ich seh da einen sehr schönen. Alter, wollen wir das machen? Ich seh da einen sehr schönen Moment für dein Bein. Wo ist mein Bein? Das Bein, meine ich. Es sieht aus, als würde das gleich schön mit einer Drehung etwas anrichten können. Äh, ich steig hier gerade gar nicht durch. Was ist denn jetzt meins und was ist das? Blau. Ja. Drück auf dich. Und auf die Zeit. Ach so, das eine ist schon ab hier. Ja, das hab ich weggetreten. Weg damit. Das hab ich gar nicht gesehen. Doch, weg damit. Was ist denn da mit? Alles klar, dann geht's weiter. Weg. Alles weg. Einfach ab. Hallo? Einfach weg. Ja. Ja, alles klar. Ja. Alles klar, dann weg. Gut. Dreck, Müll hier, Beine. Wer braucht denn sowas? Hallo? Weg damit. Arme, hab ich dir auch weggemacht. Gleich kommt der Unterleib. Der kommt auch noch weg. Der braucht sowas schon. Ja. Der braucht den Unterleib. Der kommt auch weg. Oh, Alter. Der kommt da. Der Helikopter. So. Alles klar. Ich klicke auf dich. Ja. Zack. So. Nee, ich starte nicht. Ich wollte gerade sagen. Nimm dir noch ein bisschen Zeit weg. Ja. Oh, 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 oh. So. Ja, dann mach mal. Das ist ganz schön knapp, glaube ich, oder? Von den Punkten. Von den Punkten bestimmt. Alter. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich spannender Fight hier. Das muss ich nochmal relaxen. Ja, lower. Oh, ja. Holding, lowering. Den möchte ich auf jeden Fall patschig. Was? Patschig. Was wird so patschig? Oh. Oh, okay. Oh, schon wieder vor. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Und zack. Oh, ja. Hab ich. Hast du mich gegriffen gerade? Ich weiß es nicht. Hab ich irgendwas gegriffen? Nein, ich hab dich nur mit der Schulter gestoßen. Oh. Willst du noch? Willst du es, oder? Ähm. Ich könnte dich jetzt noch schön richtig mit einer Drehung und Beine und alles anspannen. Von mir aus können wir was machen. Ja? Ja. Dann willst du nochmal. Ja. Dann, 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 dann gönn dir. Dann gönn dir. Dann gönn dir. Alles klar. Bin ja mal gespannt. So. Ob du ohne Arme und Beine nochmal irgendwas machen kannst hier. Hallo, ich kann noch richtig abdrehen hier. Indem ich das hier mache. Und das hier. So weit wie möglich weg. Stimmt, du hältst mich gar nicht mehr fest, oder? Kannst du gar nicht mehr. Äh, womit denn? Hast du gar keine Arme? Naja, einen Arm habe ich schon, aber die Hand da dran ist, glaube ich, nicht mehr vorhanden. Ich bin der schwarze Ritter, ich spuck dir ins Gesicht und blättel dich. Ja, genau. Ach, von da an schon rum? Echt? Ja. Oh Mann. Jetzt geht er schnell hier. Zack, starten. Na, jetzt muss ich aber hier schnell irgendwie die Drehung, den Schwung hier aus der Schulter. Irgendwie gehst du in die falsche Richtung, Junge. Ey, Junge. Junge, Junge, und wie du schon wieder aussiehst, Löcher in der Nase, ständig dieser Wurm, der hat meine... kontracken. Der geht in die falsche Runde. Nein, nein, nein. Okay. Die kann man nicht ersetzen. Der geht in die falsche Richtung bei mir. Mal gucken. Nein. Nein, oh, wir leben uns auseinander. Nein, nein. Ich dachte, wir können durchmachen. Ja, komm, dann. Das bringt jetzt nichts mehr. Oh, okay. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt, bei dem Knäuel da hinten. Ich hab mich hier noch reingefahren. Alter. Alter. Oh, wie geil. Alter. Oh. Richtig weg. Richtig weggekickt noch. Da wird, wenn du was siehst, hier nachher dann die Körperteile fliegen. Ja. Farts, farts. Wow. Da hinten, da, die Hand. Das ist meine Hand. Wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Äh. Punkt zu sagen. Punkt zu sagen. Oh, Massimo. Nice. Nice. Auch wenn ich das Gefühl hatte, ich hab mehr Glück. Massimo. Aber es geht ja nicht darum. Da ist auch noch eine Hand. Da müssen wir am Anfang alles einziehen. Bam. Könnte ich mir den ganzen Tag anziehen. Das könne ich mir echt den ganzen Tag anziehen. Bam, bam, bam. Okay, wir einziehen. So, ja. Wir hoffen, es hat euch echt gefallen. Ja. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ah. Uns hat es auf jeden Fall einen Riesenspaß. Sehr gut. Alter. Aber wie der Hand, Alter, nochmal wegfliegt. Das ist so krass. Barz, Barz. Aber wie der Hand, wo man den Fuß festhält. Aber du hast die ganze Zeit in den Fuß gelassen. Nee. Ich glaube, alle Teile sind von dir, oder? Das ist ein Arm. Ich glaube, nur du hast Körperteile verloren. Da. Aber ich habe dir sehr viel... Ich habe dir sehr viel innere Schmerzen bereitet. Du hast mir eine Organe getroffen. Schade. Und dein Geist. Und dein Geist. Ich habe mir deinen Arsch ins Gesicht gedrückt. Ja. Und richtig ein abgeblasen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Und dann vielleicht nochmal Toribate. Vielleicht was anderes. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Das Beste. Und dann von der Beste. Ja. Ja. Vielen Dank.